Was bedeutet es in der heutigen Zeit, ein Mann zu sein? Überall hörst du von toxischer Männlichkeit, von Aggression, Ziele, Werte, das ist alles Toxisch. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was soll ich als Mann denn jetzt überhaupt tun? Was kann ich tun? Was darf ich überhaupt noch tun? Und vielleicht bist du ein junger Mann aus einer der jüngeren Generationen, vielleicht ohne Vater aufgewachsen, wie es heute leider häufig der Fall ist. Niemand hat dich in das Mannsein initiiert, so wie das damals in Stammeskulturen der Übergang von Jungen zum Mann noch der Fall war. Und niemand hat dir erklärt, worum es geht beim Thema Männlichkeit. Du hast vielleicht kein männliches Vorbild. Und heute wollen wir darüber sprechen, was die drei wichtigsten Säulen deiner Männlichkeit sind. Und zuerst geht es um den Wert und nicht deinen Wert als Person, nicht der Wert der einzelnen Personen, aber der Wert, den du der Welt anderen Männern, anderen Personen anbieten kannst. Die Frage, was kannst du beitragen? Frag dich, was kannst du beitragen? Wo kannst du Wert schaffen? Und das muss nichts Riesiges sein. Du musst nicht das nächste Amazon-Kund, du musst nicht der nächste Bill Gates werden, denn auch der Busfahrer, der Kassierer schafft Wert für andere Personen, der dient anderen Personen. Und was ist der Wert, den du anbieten kannst? Oder vielleicht hast du ja nichts anzubieten. Und dann ist es klar, dass du dich in deiner Haut und grundsätzlich als Mann nicht besonders wohlfühlst. Und dann wirst du erleben, dass du relativ irrelevant für andere Männer und andere Personen bist. Denn je mehr Wert du anzubieten hast, desto mehr Beziehungen wirst du haben zu Frauen. Darum geht es natürlich auch. So wie zu Männern, desto wohler wirst du dich in deiner Haut als Mann fühlen. Und wenn du bisher keinen Wert anzubieten hast, dann ist es okay. Dann setz dich auf deinen Arsch und arbeite daran, Wert anbieten zu können. Nicht, damit du erfolgreich bei Frauen wirst, auch wenn du das dadurch werden wirst. Und auch nicht, damit andere Leute dich mögen, auch wenn andere Leute dich mögen werden. Sondern damit du dich in deiner Haut als Mann wohlfühlst. Die zweite Säule sind Ziele. Was sind deine Ziele? Oder vielleicht hast du gar keine Ziele. Sind das überhaupt deine Ziele? Oder sind sie dir von außen auferlegt worden von deiner Familie? Vielleicht erwartet dein Vater was von dir, von Leuten aus deinem Umfeld. Optimalerweise hast du für jeden wichtigen Lebensbereich ein Ziel, das du verfolgst. Und es geht auch gar nicht darum, immer an jedem Ziel anzukommen. Sondern um die Fähigkeiten und das Durchhaltevermögen, das du auf dieser Reise aufbauen wirst. Die Erfahrung, die du machen wirst. Darum geht es am Ende des Tages. Du kannst von deinem Gehirn nicht erwarten, dir die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um irgendetwas zu erreichen, wenn du gar nicht weißt, was das überhaupt sein soll. Deswegen frag dich, was sind deine Ziele? Oder hast du vielleicht bisher gar keine? Die letzte Säule ist Verantwortung. Übernimm Verantwortung für dich, für dein Leben, für eine Aufgabe, für das Wohle gehen anderer. In diesem Fall natürlich nur bis zu einem gesunden Maße. Verantwortung erfordert Fähigkeiten von dir. Du bist verantwortlich, das bedeutet, du bist in der Lage zu antworten. Im Englischen Responsibility, die Fähigkeit, able, zu antworten, Response. Darum geht es. Wenn du Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen willst, dann musst du dir gewisse Fähigkeiten aneignen. Lerne dich selbst zu disziplinieren. Lerne dich von negativen Einflüssen fernzuhalten, die dich auf dem Weg zu deinen Zielen, Säule 2 hier wieder, sabotieren werden. Du musst aktiv lenken, musst aktiv lernen, dich von negativen Einflüssen fernzuhalten. Lies irgendwas, entwickle dich weiter, sprich mit Menschen, studiere was im Eigenstudium oder an der Universität. Geh raus, erlebe Abenteuer, mache Dinge, vor denen du Angst hast, Dinge, die du noch nie gemacht hast. Erweitere deine Komfortzone und all das wird dich immer mehr und mehr mit neuen Fähigkeiten ausstatten, die es dir dann ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen für dich, für dein Leben, für eine Aufgabe oder für das Wohlergehen anderer Leute. Natürlich nur in gesundem Maße.